Zum Schulungsvideo Auswahl des passenden Hilfsmittels stelle ich jetzt die Produkte im Einzelnen vor. Ich stelle Ihnen jetzt zuerst die offene Gleitmatte, den Caremaster vor. Bei diesem Produkt ist es ganz wichtig, dass der Kopf, der Oberkörper und das Becken der betroffenen Person auf der Gleitmatte aufliegt. Die Beine sind nach Möglichkeit aufgestellt. Wenn die Waden und die Fersen Unterstützungsbedarf haben oder Auflagefläche haben, das heißt weiterhin auf dem Bett aufliegen, ist es ganz wichtig, dass wir ein zusätzliches Hilfsmittel brauchen, eine zusätzliche Gleitmatte, um auch diese Scher- und Reibungskräfte an den Waden und an den Fersen zu reduzieren. Der Caremaster liegt immer doppelt im Bett. Das heißt, die Scher- und Reibungskräfte werden nur reduziert, wenn die Innenseiten übereinander gleiten. In vielen Praxisanleitungen erlebe ich, dass die Gleitmatte längs unter dem Bewohner liegt. Das würde nicht den Vorgaben des Herstellers entsprechen und auch die Arbeit nicht wirklich erleichtern. Die offene Gleitmatte gibt es in zwei Größen. Wenn man mit Kindern arbeitet, ist die Größe M sicherlich die richtige Wahl. Wenn es um erwachsene Menschen gibt oder schwergewichtige Menschen, ist die Größe L angezeigt, weil wir arbeiten dann mit zehn Zentimeter mehr Material und das erleichtert deutlich den Einsatz des Produktes. Die offene Gleitmatte hat eine Hilfsmittelnummer und ist somit für den häuslichen Bereich verordnungsfähig. Für die stationäre Langzeitversorgung gibt es in Deutschland einen anderen Versorgungsauftrag und da müssen die Einrichtungen die Materialien vorhalten. Ob dann die offene Gleitmatte angezeigt ist oder vielleicht ein anderes Produkt, da kommen wir im weiteren Verlauf zu. Der Caremaster ist waschbar bis zu 90 Grad, heißt wir haben immer eine hygienisch korrekte Grundlage und können mit dem Produkt sehr langlebig arbeiten, also über eine lange Zeit arbeiten. Die Gleitmatte liegt immer doppelt. Der Kopf, der Brustkorb und das Becken haben Auflagefläche und um die Gleitmatte unter die betroffene Person zu bekommen, drehe ich sie auf die Seite. Ich unterstütze sie dabei. Ich lege den Caremaster an, rolle sie zurück und ohne den nächsten Bewegungsablauf auf die andere Seite zu drehen, bringe ich nur meine flache Hand unter die eingeschlagenen Bereiche der Gleitmatte und hole das Produkt damit unter dem eingeschlagenen Bereich hervor. Wenn die Bewohnerin da drauf liegt, kann ich mit ihr in Bewegung gehen und schiebe sie in die entsprechende Bewegungsrichtung. die Gleitmatte kommen.